So. Würde es dich stören, wenn du dir ein paar Klamotten überziehen würdest? Ich bin mir sicher, du kannst etwas dort in dem Wagen finden. Och, Nina. Jetzt guckt der erst mal los. Was für ein komischer Typ. Wo kommt der auf einmal her? Oh, du meinst also, du hast nicht mit diesem Händler zusammengearbeitet, der hier war? Ja. Ey, was zieht der sich denn darüber? Wie bist du in diesen Krater gekommen? Bist du reingefallen? Wie kommt so ein großes Loch überhaupt hierher? Hast du das Monster gesehen, das hier gerade war? Du weißt, dieser eine da war, so aussah wie ein Drache oder sowas. Ich frage mich, was es war. Komischer Drache. Oh, es tut mir leid. Äh, du weißt die Antworten wahrscheinlich selber nicht, genauso wie ich. So, ja. Mein Name ist Nina. Ich bin from Windia. Ich bin aus Windia. Was ist dein Name? Oder wie ist dein Name? Hero? Hm. Okay, Hero. Äh, lass uns sehen, ob wir hier irgendwie raus können. Das hört sich doch gut an. Ich möchte hier nämlich nicht anwachsen. Hey, benutze doch deine Flügel, sag mal. Oder sind die auch nur zur Deko? Obwohl, bei vorangegangenen, äh, Breath of Fire Teilen, da war es ja auch so, dass sie nicht so fliegen konnte. Erst später, ja. So, Hero. Äh, wo möchtest du hin? Oder was ist dein Ziel? Äh, ja, äh, 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 keine Ahnung. Du weißt es nicht? Äh, das heißt, du hast dich verlaufen. Äh, du bist verirrt. Du hast dich verirrt, meine ich. Hm. Ja, heißt es. Gib's zu. Du hast dich verlaufen. Da gibt's überhaupt nichts, äh, worüber man sich schämen müsste. Ich hab mich sehr oft verlaufen, als ich noch jünger war. Okay, Hero. Warum kommst du nicht mit mir in die nächste Stadt? Hero kriegt das Königsschwert. Du kannst dieses Schwert benutzen. Du brauchst es vielleicht. Um zur Stadt zu gelangen, müssen wir durch eine von Monstern, äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b- Mal sehen, was es da so Interessantes zu entdecken gibt. Oh, sehr hoch. Sehr hoch, die ganze Sache hier. Da möchte ich allerdings nicht ausrutschen. Lass mal sehen. Wir müssen diese Klippen überqueren, um nach Sarai zu kommen. Okay. Beeilen wir uns. Lass uns versuchen, dort anzukommen, bevor es dunkel wird. Oh, ein Kampf. Ja, ähnlich wie bei vorangegangenen Breath of Fire-Teilen, der Kampfbildschirm ist sehr übersichtlich. Machen wir mal das hier, Siva. Das ist ein windelementarer Zauberspruch. Ich kann mir vorstellen, dass Breath of Fire nicht für jedermann was ist. Also manche mögen es einfach auch nicht. Ich finde es durchaus ein gelungenes RPG. Also der vierte Teil jetzt insbesondere, finde ich dann doch am besten. Der vierte und der dritte Teil. Das sind so meine Favorite-Teile. Und ich denke, die sind auch sehr gut gelungen. Wenn man das mal so sagen darf. Äh, ja. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Es leckt. Das Spiel leckt, verdammt. Oh no, ist ein Hinterhalt. Das erkennt man immer an der Farbe von diesem komischen Strudel. Und rot bedeutet meistens Hinterhalt. Beziehungsweise immer Hinterhalt. Okay, das war jetzt nicht so berauschend, was du abgeliefert hast. Bam. Aigu. Das sind wohl die, ähm, Standardgegner in Breath of Fire. Yay, Level Up. Mit Level Up verhält sich das auch so. Die Erfahrungspunkte werden geteilt durch die Anzahl der Gruppenmitglieder. Also in diesem Fall durch zwei. Ähm, wenn ich dann mehrere Gruppenmitglieder habe, dann je nachdem, nach drei, äh, durch drei oder vier. Je nachdem. So, Kamera mal ein bisschen wechseln. Da oben ist, äh, drehen meine ich. Das ist ganz wichtig. Das muss man sehr oft beherzigen, dass man die Kamera drehen muss, weil man manche Gebiete auch wirklich nur deswegen, oder dadurch entdeckt. Manche Passagen. Was bist du denn hier? Cap. Cap. Du hässlige Ente, Enten, äh, und Waschbeer-Gemisch. Keine Ahnung. Bam, bam, bam. So, Kamera drehen. Ja, hier ist ein Geheimgang. Äh, beziehungsweise ein versteckter Gang. Da geht es hier nach oben. Was haben wir hier? Ammoniak erhalten. Oh yeah, das ist Wiederbelebung für die Truppe. Bekannt aus dem dritten Teil. So. Oh, was haben wir denn da? Oh, das sieht hoch aus. Hm, sieht so aus, als ob der Weg zu Ende wäre. Ach, Ivo. Aber keine Sorge. Ja, die erklärt mir jetzt nur, dass man hier über diese, äh, kleinen Abgründe springen kann, indem man die X-Taste drückt. So kann man springen, an diesen, äh, dunkel markierten Stellen. Ja, du hast es geschafft. Juhu, du kannst eigentlich relativ leicht drüber fliegen. So, und bam. Ja, jetzt musst du ein bisschen weiter hüpfen. Ein bisschen höher. Komm. Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Ja, das ist hoch, ne? Wow! Ja, was guckst du auch nach unten? Hüpf! Liebst du nicht auch das Gefühl, wenn man von einem hohen Platz herunterschaut? Es macht mich so, ah, es ist so aufregend. Es macht mich so kribbelig. Echt? Oh, Nose. Oh, Nina, du bist doof wie die Nacht. Oh, Nose. Na gut, hüpfen wir hinterher. Bam, 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 bam. Ah, sind wir nicht, ah, wir sind ein Held. Wir opfern uns für Nina. Wir hüpfen ihr hinterher und... Hahaha, ouch! Nina, Gemeinheit! Bist du... Bist du in Ordnung, Hero? Äh, sehe ich in Ordnung, Horace? Hast du das gemacht, weil du dachtest, ich brauche Hilfe? Äh, ja. Aber du kannst ja doch flügel... 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 Du bist nicht verletzt, oder? Oh, es tut mir leid. Ich habe dir nicht über meine Flügeln erzählt. Ich kann sie benutzen, um ein bisschen zu fliegen. Das heißt, zu einem Sturz kann ich überleben. Ja, das hättest du mir auch vorher sagen können. Aber es war wirklich sehr, äh, sehr mutig von dir, das zu tun, Hero. Sehr mutig und heldenhaft. Danke dir. Ja, bitte. Autsch, normal hätte ich jetzt einen Genickbruch. Hm, sieht aus, als ob die Sonne untergegangen ist. Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn wir warten, bis, 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 bis die Sonne wieder aufgeht, um hochzuklettern. Lass uns nach einem Schlafplatz suchen. Autsch, das muss wehgetan haben. Hahaha, das muss wehgetan haben. Döp, 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 döp. Da ist eine Höhle, da gehen wir doch gleich mal rein. Oh, nett. Sieht so aus, als könnten wir hier übernachten. Hm, ja, es fehlt aber was. Alles, was wir nun brauchen, ist ein Feuer. Genau, yeah. Ja, das ist die ganze Geschichte, wie ich hier geendet bin. Oder wie ich hierher gekommen bin, whatever. Äh, wo möchtest du denn hin, Hero? Äh, whoops, vergessen. Hehe, du hast dich verlaufen, stimmt's? Du bist verirrt oder verschollen oder keine Ahnung. Morgen werden wir die Stadt erreichen. Ich bin mir sicher, es wird sich jemand finden, der dich kennt. Echt? Na, da wär ich mir nicht so ganz sicher. Äh, ich find das auch mal amüsant, dass ich jetzt mal ein Spiel let's play, äh, wo ich auch selber übersetzen darf, dieses ganze englische Gedönst. Und das wird manchmal wirklich sehr spaßig werden. Das könnt ihr mir glauben. Auch sonst bietet das Spiel eigentlich eine solide Story. Und, ja, es ist einfach nur Just for Fun. Es ist ein Just for Fun Projekt. Äh, wenn ich dann keinen Bock mehr habe oder so, da werde ich jetzt auch einfach abbrechen. Es sei denn, es besteht wirklich so viel, ähm, Nachfrage danach. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, deswegen, es ist einfach nur mal so. Just for Fun nebenher, ein bisschen Abwechslung zu meinen Haupt-LPs. Und ja. Oh, was passiert denn hier? In diesem Tempel, wo sind die hier überhaupt? Auf einmal, die Höhle hat sich in ein Tempel verwandelt. Äh, 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 mein Gott, mein Haltz. Ich muss mal was trinken. Was bist denn du für einer? Oh. Oh, ha. Oh, den find ich cool. Äh, diesen, äh, Sephiroth-Abklatsch da. Den find ich cool, der Typ. Aber was hat es mit ihm nur auf sich? So, die Time ist gekommen. Äh, die Zeit ist gekommen. Ja, mein Lord. Majestät. Okay. Ich nehme an, dass irgendetwas nicht stimmt. Oder? Wo sind die Wachen und die Priester? Warum ist niemand, äh, warum erhebt sich keine einzigste Stimme, um deine Rückkehr zu huldigen? Das ist nicht wichtig. Sie sind Sterbliche. Wenn wir in der Lage wären, ihre Gefühle zu verstehen. Das würde uns eine Ewigkeit kosten. Es gibt wichtigere Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen. Okay? Kannst du es nicht spüren? Diese Präsenz? So weit weg. Aber sehr, äh, bösartig, gefährlich, sowas in der Art vielleicht? Aber das ist das, was wir die ganze Zeit über erwartet haben. Ich weiß nicht, ob ich dem sein Gewäsch richtig übersetze, weil er hat wirklich so eine Aussprache. Wong-Kwu, bewache diesen Ort, wie du wünschst, Sir, Majestät, Milord. Gah, Arschfica! Majestät, wohin wirst du gehen? Wir müssen in die Hauptstadt, so wie geplant. Wir werden uns an dem vereinbarten Punkt treffen, wenn die Zeit gekommen ist. Vielen Dank.